Okay. Let's go! 24 Stunden! Pfeile hab ich schon hingelegt. Let's go! Glückwunsch! Pfeile hab ich auch hingeschmissen. Hast du den? Gut, wie mach ich das? Warte. Ja, hab ich. Zum Beispiel so. Aber brennt dann mein Dings da? GG, 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 GG. Ja, okay, endlich. Mal testen. 24 Stunden voll und die Challenge auch. Okay. Gut. Ich wollt's nicht testen. Heul nicht rum, Robert. Hör auf damit. Okay, wie viele Pfeile hab ich? Aber warum steht hier 13, aber ich hab unendlich? Weil's unendlich ist, Infinity. Ey, ich wollt auch mal... Warum hab ich keinen Bogen gemacht? Das ist so cool mit Bogen. Kannst du ja noch. Ja, stimmt. Danke, 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 danke. OptikHaze, danke dir für deine drei Monate. Und danke auch an alle neuen Follows. Okay, hol mir die Brüder, Herr Roart, komm. Chat, noch 5.000 Follows und wir haben 750k geisteskrank. Äh, du brauchst SoulSand, oder Isa? Schlaf, geh erstmal schlafen. Ja, SoulSand. Ja, du brauchst Sehensand. Was sagt der Chat? Schaff ich das? In deiner Kiste ist Syhensand. Gut, danke für den Prime. Mhm. Äh, bessere Rüstung. Ja, Robert, du musst mir noch deine Rüstung geben, dann. Wie, deine Rüstung? Ja, damit ich das schaffe. Digga, Abo, ich werd denen gar nichts geben. Weil du Angst hast, sag es. Ja, Angst wegen deinen Fähigkeiten. Nicht Angst wegen meinen Fähigkeiten. Bruder, du bist, du... Im Bogenkampf würde ich dich sogar abziehen, sag ich dir, wie es ist. Was? Ja, 100%. Nimm Isa, Isa, gib mir mal deinen Bogen. Hab ich. Okay, komm. Wo bist du? Ich bin da. Easy. Ich steck fest. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ohne das. Also, ich werd dir nicht meinen Bogen geben. Warum? Ich hab doch den Bogen von Isa. Isas Bogen kannst du haben. Hab ich doch, Rohat. Es geht darum, dass ich nur Dings brauche. Rüstung? Ich hab ja nur das, ja. Nee, werd ich nicht wieder. Ich brauch nur... Hör zu, nur deine Platte, Brustplatte, mehr nicht. Nein, 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 nein. Du kriegst meine Pickaxe als Pfand, wenn ich die verliere, kriegst du meine Pickaxe geschenkt. Deine Pickaxe ist Müll. Effizienz 4, Glück 3, Reparatur und Haltbarkeit 3. Das ist die beste Pickaxe. Du kannst... Nein. Und sie heißt Kingcans. Ja, das ist das einzig Gute an der Pickaxe. Der Rest ist Müll. Digga. Was redest du da, Rohat? Ey, ich schieß doch gar nicht auf dich. Abo, wenn... Digga. Die haben den mit Eisenrüstung auseinandergenommen. Du schaffst das mit der Rüstung. Die Rüstung ist gut. Ja, okay. Die. Die. Also haben die mehr gegen ihn gekämpft als einen. Eli und... Eli hat einen einzelnen und... Er hat einen einzelnen. Okay. Sofort mitkommen. Ich mach dir jetzt fertig. Okay. Komm. Hast du drei Köpfe? Natürlich. Hast du drei Sand? Nee. Warte, ich geh kurz holen. Bleib hier. Wir haben Sand. Äh, Rohat. Du hast Sand ohne Ende drin. Äh, Seelensand. Das ist was anderes. Ja, Bruder. Du hast Seelensand. Ist doch egal. Ich hab doch direkt hier Seelensand. Ich bin doch wieder da. Okay, komm. Warum brennt das Holz nicht, wenn das schon so brennt? Was? Warum brennt das Holz nicht? Welches Holz? Du hast dich anschießt, also das verbrennt komplett weg. Das geht nicht. Komm mal her, wo bist du? Ich hab jetzt Seelensand. Hier. Okay, Jalla, flieg mir wieder hin. Sorry, ich wollte nur testen. Ich wollte nur testen. Bitte, bitte, bitte. Komm. Okay, Jalla, flieg mir da hin. Bist du hinter mir? Ja. Bist du hinter mir? Nein. Ich komm jetzt. Wo bist du? Ja, dann geb ich dir die Koordinaten. Wo bist du? Also tausend und minus fünfzig. Tausend minus hundert. Tausend einhundert minus hundert. Im Wald bist du ja. Was? Dann habt ihr ja hier den centimetern verstecken. Ja. yll, äh. Ich bin hier. Was? Ich bin hier. Ich seh dich nicht. Tausend und einhundertfünfzig minus tausend, einenhundert? Ich bin tausend, einenhundert minus sechund neunzig. Wir kommen mal weiter hier. Jetzt hast du keinenalısten. Wir bauen den mal hier innen. Wo bist du denn? Hier links. Eine Frage, gib mir einen Tipp. Was muss ich genau mit ihm machen, damit ich ihn vernichte? Keine Tipps, du bist doch Profi, du hast Ansagen vorher gemacht. Bruder, ich... Weißt du was? Scheiß drauf. Komm. Kann ich die wieder abbauen? Ja. Du musst die oben drauf platzieren, nicht daneben. Das noch alles. Ich bin unterwegs. Er stirbt nicht. Du hast die Brence in추-up. Du die Brence in추-up. Wo macht ihr den? Wo macht ihr den wieder? Abo macht den gerade. Aber wo? 1100 minus 200. Abo hier vorhin war nicht. Oh Gott. Wie leben Abo? Abo? Keine Ahnung. Ah der ist noch 75%. Abo wird vernichtet. Guck mal, guck mal, er fliegt weg. Nein, nein, ich bin hier, ich bin hier, alles gut. Immer essen, ne? Und dann mit dem Bogen, immer mit dem Bogen. Immer mit dem Bogen, mehr, mehr, mehr. Bis der runter kommt. Alle Hälfte kommt der runter, Abo. Eigentlich hättest du nur den Brustplatz anziehen müssen, nicht? Irgendwo war es nicht so. Echt? Ja. 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 Warte, ich glaub ihn. Ich sag ja. Scheiß essen immer, Mann. Was ist das? Nein, nein. Ich hätte nicht die Illusion anziehen sollen. Oh, Abo. Ich will ja nichts sagen. Aber dein kompletter Stuff ist weg. Was ist das? Ja, er hat deinen Stuff weg gesprengt, Abo. Ah, der Bogen. Ah, was meinst du, warum ich ihm nicht den Bogen gegeben hab? Bitte sag mir nicht meine Schmerzen. Die Scheißspitzhacke ist weg. Alles weg. Und das, meine lieben Freunde, ist der Grund, warum ich ihm nicht die Spitzhacke oder meinen Bogen gegeben hab. Oder hätte ich das gewusst, hätte ich die Scheißspitzhacke doch weggelegt. Ich bin direkt hingegangen, aber da war nix. Oh mein Gott, Digga. Wallah. Weißt du, wie lange ich für diese Scheißspitzhacke ge... Meine beste Rüstung. Alles weg. Ich bin pleite. Jetzt bin ich offiziell obdachlos. Ich hab dir vorher gesagt. Aber eigentlich netherite geht doch gar nicht kaputt. Ja, genau an das hab ich ja gedacht. Aber es ist ja TNT, sozusagen, oder nicht? Doch, nur verbrennt nicht. Ei, 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 Abo. Das ist ein Bruch. Das heißt, alles, was... Also, das heißt, alles! Sogar deine Illidra ist weg! Ich hab nix mehr. Das war meine beste Rüstung, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich hab alles selber gemacht. Ei, 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 ei. Ich kenn grad nicht, äh... Also, ich sag dir ehrlich... Hättest du auf mich gehört. Oder... Nervlich. Ich werd dir nicht die Schuld geben, das ist 100% meine Schuld. Aber hättest du mir gesagt, die Sachen gehen weg, wenn ich sterbe, hätte ich das nicht gemacht. Ich hätte meine ganzen... Um ehrlich zu sein, ich hab selber nicht mal gewusst. Also, ich hab nicht mal dran gedacht. Ah, doch! Also, ich hab dran gedacht, dass... Also, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass du... Also, ich hätte nicht mal gedacht, dass du stirbst. Ich hätte gedacht, dass du zum Beispiel aus Fettfingern den Bogen droppst, und dann der den kaputt macht. Aber ich hätte... Ich dachte zum Beispiel auch, dass Nether Raid Sachen gar nicht kaputt gehen. Das wusste ich gar nicht. Das war... Das war die Hochmut, Abu. Das war nicht die Hochmut. Doch, du wolltest den... Das war... Ich war nicht so kack. Hätte ich meine normale Rüstung angehabt, äh... Also, nicht die Elytra, vielleicht wär... Wär das sogar noch gut gegangen. Wieviel Leben hatte er? Ähm... Mehr als die Hälfte. 60 Prozent. Ja. Und ich hatte Elytra. Hätte die Brustpanzer was Gutes bewirkt? Du hast zu wenig gegessen, Abu. Da wär lieber mein Haus kaputt gegangen, statt ich meine Sachen verliere. Ich sag ehrlich. Das ist hart. Und das Ding ist... Ich hab meine Sachen kaputt gemacht, und ich hab jetzt Isas Bogen mit kaputt gemacht. Ist nicht schlimm. Was hat der... Was... Was ist das für ein Bogen gewesen? Der Beste, den es gibt. Ehrlich jetzt? Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, aber wir haben heute extra dafür in die Challenge... Plus 60 Level gemacht, damit wir ein paar Bogen im Vorrat haben. Und jetzt ist einfach hier Bogen weg. Warte mal. Das heißt, es gibt keinen Bogen mehr, der ansatzweise so gut ist, den du hast, Isas, für dich? Das war der beste Bogen auf dem Server. Nein. All good, all good. Ich... Okay, gut, ja. Dann muss ich halt deinen Bogen erstmal wieder zusammen machen. Nein, nein. Ehrlich nicht. Ich hab einen Ersatzbogen noch. Ich sag dir, im Endeffekt ist es meine Schuld. Aber... Roat hat Schuld. Hahaha, so ich. Weißt du warum? Weil du gemein bist und sagst sofort, Isar soll dir deinen Bogen geben. Ja, weil ich wusste, dass du Kacke bist. Ja, dann wusstest du, dass Isar ihr Bogen verliert. Ja. Du hättest dir sagen müssen, er wird den Bogen kaputt machen. Ja. Du bist der Erfahrenere. Achso, das ist ja ein richtig gutes Beispiel. Das ist ja genauso, als würde ich mein Kind weitergeben und dann so sagen, ja, ich glaube, ich nehme lieber die Kack-Erzieherin. Ich weiß doch ganz genau, dass da irgendwas passiert. Was war deine Schuld, Roat? Wo war das meine Schuld? Was war deine Schuld, Roat? Ja. Aber, Chat, merkt ihr eine Sache, Chat? Egal bei welcher Diskussion, immer bin ich schuld. Ja ne, es geht gar nicht. Ja ne, es geht gar nicht, dass irgendwas passiert, ohne dass ich schuld bin. Geh mal Fotenheit, Junge. Es war meine Schuld, 100%. Aber, du hättest besser aufklären können. Das hast du nicht gemacht. Hier, Isar. Hä? Was ist los? Warte. Ne, ich brauche nichts. Nein, 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 nein. Hier, hier, das sind alles seine Sachen. Oh mein Gott. Wallah, ich fange von null an. Die werden noch diespawn, Isar. Nein. Schau dir mal an, was ich in den Kisten habe. Nimm das, oder es wird diespawn. Ich soll dir von Breitenberg sagen, dass du zu wenig gegessen hast. Ja. Das Ding ist, Roar, du hast recht, das ist nicht deine Schuld. Deine Schuld ist es nur, dass du insgeheim gehofft hast, dass diese Sachen passieren. Und die sind passiert. Und du wusstest das. Nein. Dass du das von mir erwartest, ist auch wieder krass. Bruder, von Anfang an war dein Satz, lass uns den Wither in deinem Haus machen. Und ich wusste nicht, was dieser Wither macht. Habe ich, du hast am Ende ja gesagt. Habe ich dann, habe ich dann gesagt, nee, lass das lieber nicht machen. Aber Bruder, du hast doch meine Unwissenheit ausgenutzt. Hä? Aber ist egal. Ich werde jetzt wieder von neu anfangen. Ich werde jetzt wieder, mein Haus steht noch. Ich fange jetzt wieder von Stein und Dings an. Digga, ich bin wieder schuld, Chat. Nein, nein, du bist nicht schuld, Bruder. Ich bin schuld. 100 Millionen Prozent. Du hast einfach nur die Unwissenheit ausgenutzt. Das war's. Ansonsten bin ich schuld. Ich werde jetzt wieder komplett wie von nackt anfangen. Ich habe meine ganzen Sachen gerade. Ach ja, stimmt, Digga. Du hast jetzt gar nichts. Das heißt, du musst jetzt nochmal eine Elytra-Farm. Alles. Du hast einfach, Digga, zwei Wochen auf den Server. Kein Fortschritt. Ja. Deswegen, ich habe jetzt gerade auch alles Isa gegeben. Ich habe alles, was es gibt, was ich hatte, noch Isa gegeben. Und... Das war's. Abu, nimm dein Stuff wieder. Nein, nein, ich will... Oh Allah, ich will das nicht wieder. Ich habe deinen Bogen kaputt gemacht. Ich habe gar nicht... Ich wusste nicht, dass es so ein krasser Bogen ist. So krass war das auch nicht. Der war Power 4 und nicht Power 5. Komm, Abu, ich habe Geschenke für dich. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Ich werde... Warte, warte, warte. Nimm dein TNT. Ist das geklaut? Äh... Ja. Hi. Ich wollte aber nur, dass du damit nichts sprengst. Nicht für selber sprengen. Ich mach das nicht. Komm mal her. Ich habe Geschenke für dich. Komm her. Ich muss... Vielleicht ist dein Luke in Kies versunken. Komm her. Oder... Weißt du was, wie krampf das war, diese scheiß Bücher zu machen und so. Und dann mit meinem Level... Mein Level ist auch das Problem. Komm her. Aber das Ding ist, ich habe ja direkt geschaut. Da war ja nichts. Also normalerweise droppst du ja was. Ja, ich hätte... Ich sage dir, ich hätte das nie... Wenn ich wüsste, dass wirklich alles in die Luft springen, hätte ich das niemals so gemacht. Ich dachte, okay, im schlimmsten Fall sterbe ich. Juckt nicht. Null Leveln. Ich bin... Äh... So. Okay, warte. Ich... Komm her. Ich habe ein paar Geschenke für dich. Warum ist das hier frei? Weil direkt bei null starten ist wirklich geisteskrank hart Abo. Wieso? Ich hab doch... Also mich juckt nicht. Weil ich ein Bruder bin. Und du weißt, dass du auf mich zählen kannst. Er macht RP. Komm her. Komm her. Ich brauche meine Mauer noch zu Ende. Ich fahre mir jetzt nur noch für die Mauer. Ich brauche keinen Haken. Komm her. Komm her. Gut, wenn du da auf jeden Fall verwendest. Mann. Komm her. Komm her. ich habe noch dings ich habe das bärbögen mega nice aber ich brauche also ich brauche es ist einer sasspunkt jetzt warte mal wie viel level hast du isa 22 ok warte ich habe wenn ich mit einem normalen bogen schieße wenn ich mit einem normalen bogen schieße genug also wenn du den widder noch mal killen will nein 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 ich meine dann gehen die pfeile weg dann ja ok das war nur wenn man sowas drauf hat aber was macht vielleicht mal die drei bögen zusammen dieser komme her dann hast du wieder den stärksten bogen abu soll klauen was er will der arme dicker der arme mann also nein ich klau wurde ich klau nix ich hab nix aus ich hatte letztes mal eine hose von dir genommen da war reparatur drauf ich hab dir einfach ein reparaturbuch eingelegt und drei diamanten es ist das klauen für dich ist das klauen für dich isa was guck mal ich hatte letztes mal von dir eine hose genommen da war reparatur drauf ich hatte keine level ich hab dir ein reparaturbuch eingelegt und drei diamanten äh vier diamanten ist das klauen dann nein nein okay gut irgendwas wollte ich essen da ich mach jetzt die mauer weiter ich sag dir ehrlich abu hm ist schon respektlos warum kann man so kacke sein fehlenspaß äh ich hab dings für dich wenn du willst ich hab noch paar ersatzteile nein ich fahr mir dasselbe ich hab doch sowieso nix oder ich äh ja ne dings da aber die haben halt alle fluch der bindung fluch des verschwindens und so ne kacke ja ja das ist doch kein problem ich mach die mauer die mauer ist mein auftrag die abu einfach alles verloren ja der arme alter ich dachte kein ding die anderen haben mit eisenrüstung gemacht und so und so ups das ist schon respektlos abu sag ich dir ganz ehrlich was denn was hier veranstaltet hast jetzt im hause heftig machen ich werde jetzt aber auch durchziehen oh gehst du schon ja meine mutter hat morgen um 9 uhr ihre operation da will ich heute noch ein bisschen mit dir chillen solange ich noch wach bin ähm ich schicke meine leute rüber zu dir isa äh sicher ich mach jetzt ein placement das ist halt besser äh wie mir ist also chat ich weiß nicht ich würde es nur abo schicken bin ich dir ehrlich okay das ist doch voll lieb aber das ist voll egal weil äh ich will jetzt erstmal auf ein spannenden Gänchen Impact gleich so nach dem starten also ach so du machst jetzt äh okay also das heißt es war wirklich ein sehr sehr krasser stream wirklich ein w stream liebe 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 in den chat abo einfach am ende alles verloren so viel crazy sachen passiert nehmt oben am raid teil an den raid für abo äh ich küsse eure herzen wenn ihr mich wirklich supporten wollt dann checkt kingcans ab und maybe gefällt euch irgendwas und ihr habt Bock euch irgendwas zu holen die mystery box die abo box kann man jetzt mittlerweile vorbestellen äh verfügbar ist sie in 9 tagen wenn die vorbestellersachen weg sind dann ist alles weg also ihr könnt euch solange bestellen solange der vorrat reicht ähm viel spaß bei abo ich küsse eure herzen Es war wirklich ein sehr, sehr cooler Stream Auch sehr, sehr cool mit Isa Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut Ähm, yes Ich haust rüber zu Abu Und ich wünsche euch viel Glück Und vielleicht sehen wir uns morgen wieder Ich muss mal gucken Liebe geht raus, Chat Wir sehen uns Sehr, sehr cooler Stream gewesen Wirklich sehr, sehr cooler Stream Und viel Spaß bei Abu Check King gets up Code King 10 Das ist nicht das Problem Es schockt sowieso bei Minecraft so viel selber zu machen Wo ich so, wenn ich nicht weiß, wo ich das und das her bekomme Dann gucke ich bei dir ab und zu rein Aber ich lege dir auch immer irgendwas anderes rein Alles gut, Abu Ich habe kein Problem damit Ich habe mich einfach gemütlich dabei Ey, Isa hat übertrieben Spaß gemacht bei der Wage Ich fand es übertrieben cool Ich auch Was habt ihr denn genau für eine Challenge gemacht? Wir haben ganz viele crazy Sachen gemacht Die man in Minecraft machen kann so Aber Sehr, sehr geil Äh Hat übertrieben Spaß gemacht Ich fand, ich finde das so cool Wenn man so gesplittete Parts hat Was heißt das? So gesplittete Parts Du machst zum Beispiel die OP-Äpfel Ich mach das und so Ah, ja, 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 ja Fühl ich voll Fühl ich Bin ich voll bei dir Spaß gemacht, for real Vielen, vielen Dank für den Host Äh, für den Host auf jeden Fall Äh, und, äh, ja Ich hoffe, es geht euch gut Genau Thank you, Roat Thank you, Roat, für den Host Thank you, Roat, für den Host No problemo, hermano No problemo, hermano Aber willst du jetzt gehen, oder was? Aber Äh, ja, ich 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 Chip ist mit meiner Familie Okay Vielleicht später guck ich vorbei, aber Also glaub ich nicht Du hast ja noch nicht geschlafen, oder? Ne, immer noch nicht Was? Ich bin noch live? Nein Nein, du bist nicht live Oh mein Gott Ey, zum Glück ist die Cam aus Ich hab die ganze Zeit Oh mein Gott Oh mein Gott Zum Glück hab ich die Cam ausgemacht Oh